Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. Heute im Video geht es um eine Reaktion auf Aussagen von Prof. Dr. Bofinger, die er in einem Interview in der Wirtschaftswoche jetzt getätigt hat. Diese Reaktionen sind immer dann wichtig, wenn Personen wie Prof. Dr. Bofinger mit Titeln oder anderen Dingen aufwarten und suggerieren, dass sie viel Ahnung haben von dem, wovon sie reden. Im Thema Bitcoin kann Herr Bofinger nicht überzeugen. Das habe ich am eigenen Leibe festgestellt. Es gab damals ein Interview auf dem Kanal SDK, das ich mit dem Herrn Peter Bofinger geführt habe, oder wir könnten eher sagen, eine Diskussion, die ich gegen ihn geführt habe, bei der ihm irgendwann die Argumente ausgingen und der Moderator Paul Petzlberger tatsächlich den Herrn Bofinger sogar bremsen musste und sagen musste, hey, bleiben Sie bitte fair in dieser Diskussion. Und das zeigt mir vor allem, dass in Bezug zu den aktuellen Thematiken, die er wieder in der Wirtschaftswoche äußert, er meine Argumente, die ich damals bereits angebracht habe, die nachweislich sind, bis heute nicht gelten lässt und immer noch die gleichen Unwahrheiten erzählt. Und genau deswegen ist es so wichtig, so eine Reaktion zu machen, denn mittlerweile ist es so, dass Politik und Regulierungsbehörden sich in den Leitmedien über dieses Thema Bitcoin informieren, weil es kaum verlässliche oder Quellen da draußen gibt, auf die sie sich gerne verlassen wollen, wo ein Professoren- oder Doktortitel dran steht. Es werden zwar immer mehr, aber irgendwie werden die nicht herangezogen. Man hört eben auf die alteingesessenen Ökonomen wie Herrn Bofinger. Die erste Frage und Fehlernahme dreht sich um das Thema Inflationsschutz. Erstmal will Bitcoin gar kein Inflationsschutz sein, er ist es nur irgendwie zwangsläufig, weil alles ein besserer Inflationsschutz ist, als unsere Fiat-Währung wie Euro oder Dollar. Herr Bofinger erkennt das aber nicht an. Der gerade gefallene Kurspreis scheint da für ihn ein Gefundensfressen, um damit zu argumentieren, dass Bitcoin kein guter Inflationsschutz ist. Und obwohl Bitcoin kein Inflationsschutz sein will, müssen wir uns jetzt mal die Rahmenbedingungen angucken, ob Bitcoin das wirklich nicht ist. Denn alles in allem haben wir eine Fiat-Währung, den Euro. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, dass die Geldmenge massiv ausgeweitet wurde. Und das hat ganz viele ökonomische Folgen. Zum einen lohnt es sich auf einmal immer mehr zu konsumieren, Schulden zu machen, weil Schulden ja auch im Wert verfallen. Und wir können viel mehr konsumieren, als wir uns eigentlich hätte leisten können. Und am Ende sorgt es dafür, dass wir viele unserer Produktionen überproduzieren, die Qualität unserer Produkte fällt. Und ja, wir am Ende diesen ganzen Planeten mehr oder weniger ausquetschen. Der Konsum, der entsteht, wird immer größer. Und die Ungerechtigkeit bei der Geldverteilung wird immer schlimmer. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Der ist von Richard Cantillon 1755 festgestellt worden, als er merkte, dass man nah an der Kreditschöpfung steht, auch als allererstes davon profitiert. Mal ein Beispiel. Die Vermögensverteilung in einer Studie im Jahr 2000, ja, was mittlerweile noch viel, viel schlimmer ist, die hat damals schon festgestellt, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung 40% des weltweiten Vermögens besitzt. Die reichsten 10% 85% des weltweiten Vermögens. Die ärmeren 50% sich 1% des globalen Geldes teilen. Also eine massive, ungleiche Verteilung. Mittlerweile ist der Zustand so schlimm, dass weniger als 100.000 Menschen, also 0,001% der Weltbevölkerung, mehr als 30% des weltweiten Finanzvermögens kontrollieren. Und ja, alleine in der Corona-Pandemie, also diesem ganzen Zustand seit 2020, sind die 10 reichsten Menschen der Welt doppelt so reich geworden, als sie vorher waren. Und das hängt mit der zentralen Geldschöpfung zusammen, weil diese als allererstes Zugriff auf das Geld haben, damit ihre Industrien groß machen können. Und wir sprechen hier nicht von einem freien Kapitalismus, wir sprechen hier von dem Cantillon-Effekt, von einer ungleichen Geldverteilung. Ja, und das sorgt natürlich auch für Inflation. Wenn wir uns mal den Verbraucherpreisindex, den sogenannten CPI, oder zu Deutsch Warenkorb anschauen, in dem dann einfach, ja, wahllos irgendwelche Produkte, die wir angeblich in unserem Alltag brauchen, reingeworfen werden, und der Preis dafür versucht, wir zu ermitteln, stellen wir fest, dass wir zum Vorjahr ganze 7,5% Inflationsrat haben. Und wer denkt, naja, 7,5%, das ist ja nicht so viel, dem kann ich sagen, doch, das ist viel. Wenn wir jetzt nämlich angenommen 1.000 Euro hätten, als Kaufkraft beginnen, also heute 1.000 Euro, und wir wissen ungefähr, was wir uns mit 1.000 Euro kaufen können, dann würde bei 7,5% Inflation das nach 10 Jahren bedeuten, dass noch eine Kaufkraft von 485 Euro übrig geblieben ist. Das bedeutet, dieses zentrale System, es schafft neue Kredite, gibt die Unternehmen, und sorgt eigentlich dafür, dass unsere Kaufkraft zu den großen Unternehmen fließt, und in das Staatskonstrukt, und überall hinfließt, aber eben nicht zu uns. Das bedeutet, wir haben immer weniger finanzielle Sicherheit, sind auch immer abhängiger von dieser Entwicklung, damit uns natürlich auch alles zur Verfügung gestellt wird, was wir uns selber jetzt nicht mehr leisten können. Ja, und diese über 51% Inflation auf 10 Jahre, die sind natürlich auch nur auf diesem schön gerechneten, ja, Inflationsindex, eben diesem Warenkorb zuzuschreiben. Wenn wir uns nämlich mal den Energieverbraucherindex anschauen, diese 38% oder am allerschlimmsten den Nahrungsmittelverbraucherpreisindex, dann sind wir schon bei 12,7%. Das heißt, 12,7% auf unsere Nahrungsmittel, das ist brachial. Wir können uns immer weniger Lebensmittel leisten. Das bedeutet, damit wir das überhaupt irgendwie können, müssen diese Lebensmittel trotz dieser Preissteigerung irgendwo, ja, bezahlbar bleiben. Und das geht nur, indem die Qualität fällt. Das heißt, wir zahlen immer mehr für immer schlechtere Lebensmittelqualität. Ja, und viel interessanter ist es sogar noch, wenn wir uns dann den PPI, den Produzentenpreisindex, also den von denen, die unsere Dienstleistungen und Produkte herstellen, anschauen, da sind die Zahlen nämlich noch viel, viel schlimmer. Da sehen wir, dass hier die Inflation auf 32,7% gerade steht, die Energiepreise auf 86,1% und die Vorleistungsgüter auf 22,3%. Und das hier sind Vorboten für unsere zukünftigen Inflationen. Und dieser Zustand kommt von der zentralen Geldschöpfung. Ja, und wenn wir uns jetzt mal im Vergleich Bitcoin anschauen, zum Beispiel hier, ich habe jetzt die Zeitskala von 2000 gemacht, und angenommen, wir hätten am Anfang der Corona-Pandemie Bitcoin gekauft für, sagen wir mal, rund 10.000 Dollar, dann würden wir jetzt immer noch bei 22, fast 23.000 Dollar stehen und hätten eine Wertsteigerung von über 100%. Also alleine auf diese zweieinhalb, fast drei Jahre über 100% Wertsteigerung wäre auch nach dieser Definition ein extremst guter Inflationsschutz im Vergleich zum US-Dollar oder zum Euro. Und da kann ich dieses Argument schon mal gar nicht verstehen, zumal es bei Bitcoin gar nicht eigentlich im Kern darum geht. Interessant ist an der Stelle aber auch noch seine Begründung, warum das Ganze so ist. Und er sagt, Bitcoin ist ein reines Luftprodukt. Mal mit mehr, mal mit weniger Luft. Aber reale Substanz ist da nicht hinter. Kryptowährungen sind das einzige private Asset, dessen Inhaber keinen Anspruch auf irgendetwas hat. Warum sollte uns etwas, das keinen inneren Wert hat, gegen Inflation absichern? Naja, der innere Wert, den gibt es eigentlich gar nicht. Den gibt es eigentlich nirgendwo. Der innere Wert entsteht immer nur deswegen, weil wir Menschen irgendwo einen Nutzen mit irgendetwas haben. Und Bitcoin hat für viele Menschen einen Nutzen. Zum Beispiel, um eben das Geld, die Lebenszeit, die Energie, die man aufgebracht hat und versucht, in Geld zu speichern, eben nicht entwertet wird durch eine zentrale Partei. Bitcoin hat diesen Nutzen, weil Bitcoin ist knapp. Maximal begrenzt auf 21 Millionen Stück. Man kann die Bitcoin zwar in der Nachkommastelle aufteilen, aber es wird nie mehr als 21 Millionen Stück geben. Das ist wie eine Pizza, die ihr in ganz viele Stücke schneidet. Ihr könnt noch so viele Stücke daraus schneiden, wie ihr wollt. Es wird nicht mehr Pizza werden. Und dementsprechend, Bitcoin bleibt knapp und ist dadurch per Definition ein Gut, was eben keine zentrale Partei einfach ausweiten kann. Das ist der erste Nutzen. Der zweite Nutzen ist, dass Bitcoin auf der ganzen Welt benutzbar ist. Egal in welches Land dieser Welt ich fahre, ich kann dort Bitcoin benutzen. Selbst in Ländern, wo Bitcoin verboten wird, wie in China, fällt es dem chinesischen System nicht einmal auf, wenn wir das tun, weil wir können einfach so eine Fullnote betreiben, die können wir sogar in einem privaten Netzwerk, dem Tor-Netzwerk zum Beispiel betreiben, wo der Staat keine Einsicht, keine Zensurmöglichkeiten hat. Und wir haben einen Zugriffspunkt auf Bitcoin global in jedem Land. Und das ist auch ein großer Nutzen, weil es Länder gibt, in denen totalitäre Systeme herrschen oder Krisensituationen wie in der Ukraine entstehen, wo die Menschen flüchten müssen. Und sie müssen ihre Häuser zurücklassen. Sie können keine fünf Goldbarren aus dem Keller mitnehmen. Das ist viel zu gefährlich, über die Grenze zu bringen. Sie können aber ihre Bitcoin damit rüberbringen in ein anderes Land, in dem sie vorher eine Transaktion machen oder sich einfach nur zwölf Wörter im Kopf merken. Auch das ist ein Nutzen. Und darüber hinaus gibt es noch so viel mehr, welchen Nutzen Bitcoin für uns hat. Alleine in der Energiewirtschaft, beim Mining und so weiter. Und dieser Nutzen ist essentiell, weil der erzeugt den inneren Wert, den Bitcoin für uns am Ende hat. Wenn es eben so etwas wie einen inneren Wert gibt. Weil wir Menschen sagen, hey, das möchten wir. Diese Funktionen, diese Fähigkeiten sind genau die Fähigkeiten, die wir für uns haben wollen. Ja, und da zu sagen, das sei reine heiße Luft, da kann ich nicht mitgehen. Dafür hat Bitcoin so viele positive Beispiele und beweist es immer wieder. Gerade die Zensurresistenz vor eben totalitären Systemen oder schlimmen Situationen, in denen Menschen sich befinden können, die ist hier unfassbar wichtig und etwas, was Bitcoin uns auf jeden Fall zurückgegeben hat. Ja, und damit kommen wir auf einen nächsten Punkt, denn er macht dabei einen riesengroßen Fehler oder sagen wir mal eher mehrere riesengroße Fehler. Und da müssen wir jetzt diese nächste Aussage mal ein bisschen auseinanderziehen, weil da so viele falsche Aussagen in einer Aussage sind. Denn die Interviewerin kommt dir schon auf einen dieser Vorteile nämlich zu sprechen, nämlich, dass du deine Bitcoin in einer privaten Wallet halten kannst. Also dein eigener Besitz ist eine Möglichkeit, deinen Wert aufzubewahren und keiner dir das wegnehmen kann. Und sie stellt das als, ja, mit der dezentralen Eigenschaft als einen guten Grund dar oder hinterfragt das. Und der Bofinger antwortet darauf, warum soll etwas dezentral organisiert werden, wenn es zentral gut funktioniert. Ja, und an diesem Punkt sind wir schon, ja, das haben wir ja gerade alles schon gesehen, was diese zentrale Geldverteilung und Geldführung für uns über die Jahre bedeutet hat. Dass wir immer ärmer werden, uns immer weniger leisten können und am Ende die Reichen immer reicher werden. Das ist die Folge von zentraler Geldführung. Mal ganz zu schweigen von den Problemen, dass mittlerweile ein Großteil der Weltbevölkerung gar keinen Zugriff zu einem Bankkonto hat. Über drei Milliarden Menschen haben kein Bankkonto und haben damit auch gar keine Chance, so wie wir ebenbürtig oder gleichmäßig ebenbürtig am digitalen Markt in allen möglichen Märkten Handel treiben zu können, Dinge zu kaufen oder daran irgendwie teilhaben zu können. Dadurch werden diese Menschen in den ärmeren Ländern nochmal immer ärmer und das alles nur, weil wir eben keine Möglichkeit haben, das klassische Geldsystem in dieser zentralen Planung für alle Menschen auf der Welt vorab zu planen. Bitcoins Vorteil ist, dass es eben diese zentrale Führung nicht gibt und Bitcoin sich automatisch und dezentral entwickelt. Jeder kann es betreiben, jeder kann ein Teil davon sein und es gibt keine Hürde, die dich da ausschließt von diesem Netzwerk. Es gibt keine Lizenzen, die man allen halten muss oder Behörden, die dich hindern, das Netzwerk zu betreiben, wenn du das denn möchtest. Ja und hier sagt er, ich habe kein Problem damit, mit Visa oder PayPal zu bezahlen. Diese Systeme können in gleichzeitiger Zeit fast 400 Mal Transaktionen abwickeln als Bitcoin. Wahrscheinlich ist hier mal mehr gemeint und er geht dann einmal auf die Transaktionsmenge ein. Das ist der erste Fehler, den er hier macht und das ist schon der Fehler, über den ich jetzt hier zuerst sprechen möchte, auch wenn das eigentlich ein Doppelsatz ist und dir gleich noch was sogar dazu kommt. Er macht dann noch einen zweiten Fehler, denn ganz wichtig, Bitcoin ist der Settlement Layer. Im Bitcoin Netzwerk wird eine Transaktion gemacht und diese Transaktion, die kann sein, dass dahinter sich eine Lightning Transaktion befindet. Das Lightning Netzwerk ist ein Netzwerk, was aus dem Bitcoin Ökosystem entstanden ist und auf Bitcoin aufsetzt. Und mit diesem Netzwerk sind wir in der Lage, unsere Bitcoin rasend schnell zu verschicken. Und zwar viel, viel schneller als PayPal oder Visa das könnten. Daher auch dieses Lightning Shirt hier, weil es einfach zeigen soll, dass Bitcoin nicht nur dieser Main Layer ist, wo die Regeln festgeschrieben sind, damit die Geldregeln festgeschrieben sind, sondern damit wir auch die Möglichkeit haben, diesen Main Layer, dieses Bitcoin Netzwerk heile zu lassen oder dezentral zu lassen, indem wir es langsam halten, weil je schneller es wird, desto mehr Rechenkapazität und Speicherkapazität bräuchten wir für die Blockchain. Und so haben wir die Möglichkeit, Bitcoin hier unten zu lassen und obendrauf ein Netzwerk zu bauen, wo wir einfach mit einzelnen Teilnehmern uns aufschreiben, wie die Transaktionen passiert sind. Und das klingt jetzt alles erstmal voll kompliziert, ist es am Ende nicht. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schaut euch mal folgendes Video an. Bitcoin Lightning Netzwerk einfach erklärt, das habe ich damals aufgenommen und das Ganze geht 35 Minuten und dann seid ihr Experten für das Verständnis, wie Lightning funktioniert und warum es eine so geniale Technologie ist. Eine Technologie, die in der Lage ist, weltweite Transaktionen durchzuführen und uns zu ermöglichen, Bitcoin schnell zu versenden, ohne einer zentralen Partei vertrauen zu müssen. Ja, und diese Funktion, die habe ich Herrn Bofinger damals schon in diesem Interview auch mitgeteilt und da hat er noch gesagt, nein, das könne er sich nicht vorstellen. Das Lightning Netzwerk ist real, es gibt ganze Länder, die das Lightning Netzwerk verwenden, wie El Salvador, wo die Menschen tagtäglich Transaktionen mit diesem Netzwerk machen und Herr Bofinger kann das einfach nicht glauben. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil es ist ein Fakt und er glaubt es schlichtweg nicht und das sorgt dafür, dass wir natürlich jetzt in der Situation stehen, dass er in der Öffentlichkeit Dinge erzählt, dem Bitcoin abspricht und gar nicht versteht, dass dieser, ja und jetzt kommen wir mal auf den zweiten Satz, mit der CO2-Emission einer Bitcoin Transaktion können fast 1,9 Millionen Visa Transaktionen durchgeführt werden, Argumentation, er völlig vor die Wand läuft. Denn das Hauptnetzwerk, wenn da eine Transaktion passiert, kann das sein, dass 1,9 Millionen Transaktionen im Lightning Netzwerk auf Basis dieser einen Transaktion passieren. Das kann man im Hauptnetzwerk nämlich gar nicht feststellen. Man weiß nur eins, das Lightning Netzwerk wächst aktuell exponentiell schnell an. Es wird immer größer, immer mehr Teilnehmer, immer mehr Transaktionen, die hier durchgeführt werden. Und das zeigt, er versteht schon diesen Unterschied gar nicht von Bitcoin als Hauptnetzwerk hin zu Bitcoin und Lightning als Transaktionsnetzwerk. Ja und hier mal als Beispiel, es gibt nämlich eine Studie, die sich genau mit diesem Thema befasst hat und festgestellt hat, dass Bitcoin in seiner Eigenschaft 56 mal weniger Strom als das aktuelle, traditionelle Finanzwesen braucht. Also das Bitcoin Netzwerk ist sogar bei weitem effizienter, wenn man das auf dieser Ebene betrachtet. Weil was klar sein muss ist, dass Visa kein Geld aus dem Nichts erzeugt. Das machen die Zentralbanken und das Bankensystem, was dahinter ist. Visa ist ja nur das Netzwerk, in dem wir uns quasi in der Excel-Liste, natürlich in Datenbanken, notieren, hey Person A hat Person B etwas geschickt und im Hintergrund passiert ein riesen Prozess an Transaktionen durch alle möglichen Banken, bis das Ganze wirklich final gesettelt ist und im Bankensystem angekommen ist. Ja und bei Bitcoin ist das eben dieses Hauptnetzwerk. Ja und dieses schnelle Transaktionsnetzwerk vergleichbar mit Visa nur in dezentral ist eben Lightning. Und ja, hier bewegt er sich eigentlich auf sehr dünnem Eis, weil er tut so, als wäre Bitcoin das Netzwerk mit diesem riesen CO2-Abdruck. Tatsächlich ist es viel, viel effizienter als unser traditionelles Bankensystem. Und dazu auch nochmal interessant sind die Zahlen vom Bitcoin Mining Council. Hier gibt es einige, die zu den Minern gehören und die ihren Strommix reporten, den sie benutzen, um das Bitcoin Mining zu betreiben. Wodurch nämlich hier seine kritisierten hohen CO2-Emissionen eigentlich entstehen sollten beziehungsweise eben auch nicht entstehen. Denn wir dürfen bei Bitcoin nicht einfach nur auf den Stromverbrauch schauen. Wir müssen uns anschauen, welcher Strom benutzt wird. Ja und in Texas beispielsweise ist Bitcoin mittlerweile ein fester Bestandteil des Stromnetzes. Denn wir haben ein riesengroßes Problem bei erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie oder Windkraft. Bei diesen Energiequellen haben wir eine sehr schwankende Last. Das bedeutet mal, ist viel Wind und viel Sonne da, mal wenig Wind und wenig Sonne. Und der Bedarf der Menschen, der schwankt ebenfalls und ist natürlich nicht immer an das angepasst, wie die erneuerbaren Energiequellen gerade so liefern. Ja und Bitcoin kann genau diesen Strom exakt dann gebraucht nur nutzen, wenn er quasi überproduziert wird. Das heißt, wenn zu viel Strom für unser Stromnetz da wäre und unser Stromnetz daran kollabieren könnte. Genau dann wird Bitcoin in Texas gerade eingesetzt und der Grund, warum dieser Anteil im Strommix immer grüner wird, liegt daran, dass natürlich dieser Bitcoin, dieses Bitcoin-Mining nur sehr, sehr wenig effizient ist. Nur bis zu ein paar Cent Strompreis pro Kilowattstunde lohnt sich das Mining überhaupt. Das heißt, wenn wir Haushalte haben, Industrie haben und die den Strom abnimmt, dann bekommen die den Strom immer zuerst, bevor es die Bitcoin-Miner kriegen, weil die zahlen am Ende viel, viel mehr. Bitcoin-Mining wird immer dann verwendet, wenn der Strom überproduziert wird und eh für nichts genutzt werden würde. Das heißt, einfach wieder in die Umwelt abgegeben werden würde und damit natürlich ein Verlust für den Stromerzeuger entsteht. So macht Bitcoin unseren grünen Strom günstiger, rentabler und unterstützt die Energiewende aktiv. Und das führt dazu, dass Bitcoin heute schon eines der saubersten Netzwerke der Welt ist. Das heißt, wir müssen bei dieser Argumentation ganz genau hinschauen, welcher Strom verwendet wird und ob die CO2-Emissionen wirklich so hoch sind. Sehr interessant ist auch das hier, denn würden wir die weltweit überproduzierte Energie zu 100% nutzen, würde Bitcoin gerade mal 0,15% der weltweit überproduzierten Energie nutzen. Und angenommen, wir würden Bitcoin auf der ganzen Welt verwenden, dann würden wir feststellen, Bitcoin braucht nur den Strom, den wir für nichts anderes brauchen. Und das ist natürlich auch heute nur zu einem gewissen Grad so. Wichtig ist hier aber auch die Entwicklung zu betrachten, denn diese 59,5% standen 2017 noch bei 39%. Also über die letzten Jahre ist der Anteil an erneuerbaren Energiequellen im Energiemix immer höher geworden. Und das ist etwas, was Herr Bofinger hier komplett unterschlägt und komplett ignoriert. Das heißt, er versteht zum einen nicht, dass eine Bitcoin-Transaktion auf dem Hauptnetzwerk nur eine Settlement-Transaktion ist und die eigentlichen Transaktionen in Lightning passieren, wo sie gar keinen Strom brauchen. Und er versteht als zweites nicht, dass der verwendete Strom von Bitcoin erneuerbarer Strom ist und vor allem überproduzierter Strom, den wir hätten für sonst nichts anderes nutzen können. Dann spricht die Saskia Littmann den Herrn Bofinger noch auf diese Thematik an, dass in Afrika ein weiteres Zahlungssystem ermöglicht wird und zwar über das SMS bezahlen. Das Ganze nennt sich M-Pesa und er verweist auf dieses Zahlungssystem. Das Problem ist, dass die Menschen in Afrika den Banken einfach schon längst nicht mehr vertrauen, denn dort sind gerade die armen Menschen immer wieder vom Bankensystem, gerade auch durch den Cantillon-Effekt, extrem benachteiligt worden. Beispielsweise die Zentralafrikanische Republik hatte ein Geld, was gekoppelt war an die französische Zentralbank und die haben einfach über Nacht vor einigen Jahren mal das Geld um 50% abgewertet. Einfach so, über Nacht den Menschen 50% ihres Hab und Guts weggenommen. Ja, und genau das sind die Probleme von einem zentralen System. Es wäre ja alles so schön, wenn das funktionieren würde, aber zentrale Führung erzeugt nun mal früher oder später die Situation, dass wir dieser zentralen Partei vertrauen müssen und hoffen müssen, dass sie auch alles richtig macht für uns und in der Lage ist, den Bedarf, den viele Tausende oder Millionen Menschen in Zukunft an Produktion und an Güter und Wirtschaftsleistungen haben, auch perfekt frühzeitig ermitteln können. Ja, und wir wissen alle, auch die Zentralbanken haben keine Glaskugel. Sie wissen nicht, wo unser ökonomischer Bedarf in Zukunft besteht. Sie wissen nicht, was sie in Zukunft für Produkte kaufen wollen. Woher sollen sie dann wissen, welchem Unternehmen sie am besten Kredite geben und welchem nicht? Das kann ein Markt natürlich in sich regeln durch Angebot und Nachfrage. Das wird aber massiv verfälscht, wenn eine zentrale Partei einem Teilnehmer die ganze Zeit Geld gibt, obwohl er eigentlich den Markt schlecht bedient und gar nicht mehr rentabel ist. Und das passiert am laufenden Band. Die letzten zwei Argumente können wir hier zusammenfassen. Die drehen sich einmal um die Konkurrenz von Bitcoin und die Stablecoins, die entstehen. Stablecoins heißen so, weil sie den Gegenwert zum US-Dollar und zum Euro immer eins zu eins abbilden sollen. Das Problem ist, dass natürlich Euro und US-Dollar, wie wir gerade gesehen haben, überhaupt nicht so stabil sind, sondern eigentlich dauerhaft im Wert fallen. Ja, und diesen dauerhaften Wertverfall, den repräsentieren natürlich dann eben die Stablecoins. Ja, und klar, die schießen wie Pilze aus dem Boden, aber gerade in so Phasen, wo der Kryptomarkt extrem nach oben geht, werden diese benutzt, um nämlich, ja, sich Geld gegenseitig zu verleihen, damit Rendite zu entzielen. Und dieses ganze Renditeversprechen und diese Notwendigkeit auf Rendite, die entsteht, weil unser Geld im Wert verfällt. Bitcoin ist ja genau das Produkt, was es schafft, dass wir das nicht mehr brauchen. Bitcoin ist ein Geld, was nämlich in seinem Wert auf Basis der Knappheit, also ein Bitcoin, ist immer ein Fragment von 21 Millionen Stück und dieses Versprechen wird nicht mehr verändert. Das heißt, Bitcoin macht dieses Renditedenken irgendwie obsolet, zumindest für einen großen Teil. Wir müssen gar nicht mehr zwangsläufig investieren, um nicht ständig ärmer zu werden. Wir brauchen einfach nur Bitcoin halten, also sparen. Also das, was wir als Kinder mal irgendwann gelernt haben, dass sparsames Verhalten gut ist, dass man damit für sich persönlich Sicherheit für die Zukunft aufbaut, das ist das, was Bitcoin uns zurückgibt. Und Stablecoins und Fiat und Euro, die erzeugen, dass wir sparen und dauerhaft immer ärmer werden, weil alles, was auf dem Konto liegt, in Zukunft dazu führt, dass wir uns davon weniger leisten können als heute. Also genau das Gegenteil, wir werden dauerhaft ärmer. Ja, und dementsprechend, klar, diese Stablecoins sind da, werden aber nach der heutigen Finanzwelt eben benutzt, um dieses Renditedenken erfüllen zu können. Denn noch, es ist bei Weitem nicht bei jedem angekommen, das Bitcoin zum Sparen ist, gerade nicht bei Herrn Bofinger oder bei den Leuten, die ihm eben in diesen Interviews zuhören. Und ja, es gibt viele andere Kryptowährungen da draußen, aber keine von denen erfüllt diese Eigenschaften, die Bitcoin hat, diese dezentrale Eigenschaft, diese dahinterliegende physikalische, thermodynamische Absicherung, die das Netzwerk eben hat und die uns nämlich auf Basis der Physik sicherstellt, hey, hier gibt es keinen, der einen zentralen Eingriff auf das Netzwerk macht. Ja, und das war mir einfach wichtig, diese ganzen Punkte nochmal aufzurollen und damit viele Leute das sehen und verstehen, welch ein Blödsinn hier teilweise auch von Leuten, die sich mit tollen Titeln schmücken, am Ende irgendwo verbreitet wird. Und man könnte fast meinen, dass Doktortitel intrinsisch wertlos sind. Und dazu interessiert mich gerne mal eure Meinung. Schreibt sie unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass so viele Leute aus der klassischen Finanzwelt und gerade die klassischen Ökonomen sich so schwer damit tun, Bitcoin zu verstehen? Mich interessiert eure Meinung wie immer sehr. Ansonsten schaut mal in unserem Merchandise-Shop vorbei. Da gibt es dieses coole Lightning-T-Shirt und an der Stelle, wir finanzieren uns natürlich darüber. Das ist also eine Möglichkeit, irgendwie ein cooles Shirt zu haben und unsere Arbeit zu finanzieren. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.